Ja, zum lieben Spiel kann ich nur sagen, ja, Top-A-D-Licht, ja, der 60-Sieg in Folge, das war schon natürlich ganz gut für uns gewesen. Letztens war es für uns ein verdienter Sieg, ja, 2-1, aber trotzdem, das Spiel war kein Selbstläufer. Also KSC, die waren schon richtig gut, die waren nicht schlecht, das hat mir, das war schon durchaus etwas, was uns doch vor einigen Problemen gestellt hat, aber letzten Endes, ja, es ist einfach der Sieg, den haben wir geholt. Der 60-Sieg in Folge, das ist schon eine sehr beeindruckende Bilanz, die wir bittlang unter Ole Werner haben und dazu sage ich nur eins, ich bin stolz auf die Jungs, ich bin stolz auf die Mannschaft und ja, Prost auf den Sieg, Prost auf euch Jungs, und ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und ich werde mich dann wieder am kommenden Freitag vor dem Spiel bei Hansa Rostock. Bis dann in St. Gen. Weiß, in St. Peter Bremen und bis dann in St. Peter Bremen. Und bis dann in St. Peter Bremen. Ciao, ciao.